In diesem Video sehen Sie eine Anleitung zum Anlegen, Anwenden und auch dem Entfernen von iPod Advance. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Teile von iPod Advance. Die integrierte Setzhilfe beinhaltet die Einführnadel. Der iPod Advance selbst besteht aus einer weichen Kanüle und einem Pflaster, das den Injektionsport in Position hält. Waschen Sie zunächst Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Wählen Sie die Stelle am Körper, an die Sie den iPod Advance setzen wollen. Mögliche Applikationsstellen umfassen den Bauch, die Oberschenkel, den Armrücken, die Hüften und das obere Gesäß. Vermeiden Sie Bereiche, die an der Kleidung wie zum Beispiel einem Gürtel oder dem Hosenbund reiben. Reinigen Sie die ausgewählte Stelle mit Alkohol. Lassen Sie die Hautoberfläche vollständig trocknen, bevor Sie den iPod Advance anlegen. Ziehen Sie die rote Lasche an der Seite des Injektionsports nach unten und entfernen Sie die Plastikverpackung. Entfernen Sie anschließend das sterile Papier von der Unterseite des iPod Advance. Drehen Sie den Injektionsport nun um und suchen Sie die drei erhöhten Markierungen auf beiden Seiten des Deckels. Drücken Sie diese erhabenen Markierungen zusammen, um den Deckel zu entfernen. Entfernen Sie anschließend die Trägerfolie vom Klebepflaster des iPod Advance, indem Sie vorsichtig die weiße Lasche nach oben ziehen. Entfernen Sie den Nadelschutz, indem Sie ihn durch leichtes Drehen lösen und dann abziehen. Drehen Sie die Setzhilfe so, dass die Einführnadel von Ihnen weg zeigt und halten Sie den iPod Advance an den geriffelten Abdrücken, die Sie an beiden Seiten der Setzhilfe finden. Ziehen Sie mit der anderen Hand die Mitte der Setzhilfe hoch, bis Sie ein Klicken hören. Der iPod Advance ist jetzt zur Anlage bereit. Halten Sie die Setzhilfe an die Körperstelle, die Sie vorbereitet haben. Suchen Sie die runden Vertiefungen auf beiden Seiten des Geräts. Wenn sich Ihre Finger in Position befinden, drücken Sie gleichzeitig, um den Injektionsport einzuführen. Drücken Sie die Mitte der Setzhilfe nach unten, um den iPod Advance an der Haut zu befestigen und ziehen Sie die Setzhilfe dann vorsichtig gerade heraus. Streichen Sie das Klebepflaster glatt, um es auf Ihrer Haut zu befestigen. Setzen Sie den Kunststoffdeckel wieder auf die Setzhilfe, um diese zu entsorgen. iPod Advance kann jetzt verwendet werden. Denken Sie daran, keine Nadeln, die länger als 8 mm oder kürzer als 5 mm sind, zu verwenden. Verwenden Sie auch keine Nadeln mit einer Stärke von mehr als 28 Gage. Wischen Sie das Septum oder die Oberseite des iPod Advance ab. Um die Injektion zu beginnen, stechen Sie die Nadel der Spritze oder des Pens vollständig in das Septum und drücken Sie den Kolben langsam nach unten. Wie in dieser Grafik dargestellt, wird das Medikament in das Gewebe unter Ihrer Haut abgegeben. Wenn Sie einen Insulinpen verwenden, warten Sie nach der Injektion ca. 10 Sekunden, bis Sie die Nadel aus dem Septum entfernen. Halten Sie den iPod Advance mit der freien Hand fest und entfernen Sie langsam die Spritze oder den Pen. Für Personen mit Diabetes, die sowohl langwirkendes als auch schnellwirkendes Insulin benötigen, wird empfohlen, zuerst das schnellwirkende Insulin zu injizieren, 60 Minuten zu warten und dann das langwirkende Insulin zu verabreichen. Sie können den iPod Advance bis zu 72 Stunden tragen, bevor Sie die Injektionsstelle wechseln und Sie können an allen gewohnten Aktivitäten wie Baden, Schlafen und Sport teilnehmen. Um den iPod Advance zu entfernen, fassen Sie den Kleber an und ziehen Sie ihn ab. Entsorgen Sie den gebrauchten iPod Advance gemäß den Umweltschutz und Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.